Der Teddybär ist der kuschelige Begleiter für die Träume. Ein Teddybär ist der stille Zeuge vieler Gute-Nacht-Geschichten. Mit einem Teddybären kann man die Freude an kleinen Dingen feiern. Mit einem Teddybären kann man die Freude an kleinen Dingen feiern. Teddybären sind die liebenswerten Hüter von Herzensgeheimnissen. Ein Teddybär ist ein Stofftier des Trostes und der Freundschaft. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann gib uns die Freude an die Freude an. Und dann gib uns die Freude an die Freude an. Geht, die Freude an die Freude an. Vielen Dank.